Hallo meine lieben Freunde, heute ist meine Freunde wieder da. Auch wenn ich habe gesagt in dem Video, dass ich in den Wochen nicht Video mache, aber egal. Wir machen immer ein Video, wir versprechen euch ein Video zu machen. Meine Freunde ist wieder da und heute spielen wir PS 21. Kommt sehen, wie geht das gespielt? Armin, mach uns ein Match. Jetzt anfangen wir gleich alle Freunde. Oh, das ist gar genug Zeit. Es ist gar nicht anfangen, Arsenal gegen Tokio, FC Tokio. Nein, einfach nur Tokio. Da steht Tokio weg, aber es ist Tokio. Kommt sehen, wie er spielt. Arsenal hat den Ball, jetzt Tokio. Schieß. Warte. Goal. Schon ein Goal. Meine Freunde hat schon ein Goal gemacht. Das war richtig easy. Ja, ist schon gut. Aber kommen wir sehen weiter. Oven hat, Oven hat alles falsch gemacht. Und wir haben es falsch gemacht. Oven ist ein Stürmer. Ja. Sag mir bitte nicht schießen, weil ich habe einmal bei meinem Handy gegen Schweden gespielt und ich habe 10-0 gewonnen. Gelebe ich dich nicht. Doch, wirklich. Ich kann es dir danach zeigen, okay? Dann zeig mir in diesem Video. Noch nicht. Noch nicht. Danach. Moruge. Ja. Moruge. Im 12, verstanden für das. Egal. Leute, seht mal meine Equipe. Ja. Da ist mein Kapitän und ich habe englisch eine Schaffung. Schaffung. Okay. Weiter. Zweiter Goal. Mein Freund ist richtig gut, aber ist noch früh zu sagen. Komm, wir sehen, ob er danach verliert oder nicht. Ich verliere nie. Sag nicht so. Doch, wenn ich eine 3-0 mache, dann habe ich gewonnen. Oder 10-0. Oder weiß man 10-0. Nee, das geht so nicht. Ich weiß es nicht. Kannst du bitte dir ein Papier auch holen? Wo ist das? Ah. Harry Kane. Und Jan. In dieser... Mach fertig, diese Match, wo danach spielen ich. Nee. Ja, das ist mein Video. Das ist doch egal. Aber ich spiele, das ist mein Video. Ja, egal. Und meine. Aber der Kanal ist meins. Und meins. Nein, meins. Egal. Aber den verliere ich. Oh. Gut so, Kolekpa. Mein Tor heute heißt so. Wir könnten FIFA spielen, aber du... FIFA? Das ist Pess. Nee, FIFA bei Fernseher. Bei Playstation. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Gut so, Kogba. 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 Da hast du schon Bass gesehen. Die Baller. Die Baller. Nicht die Baller. Die Baller. Ja, und ich auch gesucht. Nee, du hast die Baller... Die Baller und ich gesucht. Die Baller. Nee, die Baller und ich gesucht. Okay, egal. Scheiße. Ich war abschuldig. Kannst du deine Hand ausmachen? Was? Deine Hand ausmachen. Ja, ich muss sie auch machen. Gabriel, Jesus. Jesus. Nee, Jesus. Wemse. Ich heiße auch, Gabriel. Das ist mein Video und ich bin der Spieler da. Verstanden? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ja, Freunde. Ja, wir sind Freunde, aber nein. Doch. Warum macht er nicht der RF da und Terry King da? Egal. Ich warst der. Einfach nicht. Leute, heute... Ich verliere sowieso. Leute, ich filme mir heute für mein Tablet und nicht für mein Handy. Weiß ich nicht. Ja! Drei Minuten. Okay, weiß mal fünf Cola. Boah, das kommt schon auf mich. Dann macht er 100. Macht er 10. 100? Du hast fünf Flug abgedacht. Oder mach nur 10. Nee. Probier du bei mich nach... Probier du... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, alles mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, alles mal. Was ist er bei... 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 Bei die Light? Nee. Doch. Das ist ein Video. jetzt hatten sie ein goldisch gemacht und arsenal hat weiter das ist mein ich kann nicht ruhig sein das ist arbeit aus der ball war aus von tokyo ich liebe 18 alt ich schasse weißt du wie schlecht aus den olsen ich hassen düsseldorf düsseldorf das gibt es doch gar nicht da sind doch in deutschland bundesliga und düsseldorf und weiß mir daten 10 0 es wird uns leid leute wir streuten aber wir probieren jetzt auch nicht zu streuten ich muss es jetzt laufmessi laufmessi ich wünsche glück schießt fünf und jetzt probiere sieben mach den hand aus wir sehen uns aber nicht was denkst du bin ich jetzt gut ich will sehen ob du zehn machst sieben sieben ich probiere sieben nein noch zweite hälfte ich wechsle ich schaffe auch gut alles mach die gitarre nicht aus ist doch scheißegal mach die gitarre nicht aus er ist gut was mach die gitarre nicht aus wer ist die gitarre die gitarre die gitarre die gitarre die gitarre ich steffe entschieden dass mein ähm leider meine kippe er ist doch wieder nochmal weiß guck what trotz millionia nein er ist der fußballspieler nochmal weiß die gitarre ist für tor um es tut mir leid vor Ort schon der 6 was ist mit mir heute los nichts aber für warum gewinne ich Für das habe ich nicht meinen Schwitzschutz geholt, weil du willst immer Fußball. Ja, Fußball ist mein Lieblingssport. Und ich habe meinen Schwitzschutz nicht geholt, weil danach ich verliere und ich gehe böse. Das ist doch nicht schlimm. Fußball ist Fußball. Fußball ist scheiße. What? Leute, schreibt mal unten in die Kommentare, ob Fußball scheiße ist. Ja. Nein. Oder wie im Basket ist besser? Basket ist dumm. Da kommt... Ah. Dann Fußball, dass der Motherfucker. Liebe, nur probiere noch drei zu machen. Ist easy, diese. Kann ich auch. Aber du bist nicht so gut für F2-Tex. Was ist das? F2-Tex ist ein Champion für FIFA. Er ist der beste FIFA-Spieler von der ganzen Welt. Nee, gut. Doch. Er kann gegen durch bei FIFA 10-0. Das ist mir scheiße egal. Oder 2-10. Das ist dick scheiß. Das ist mir auch ist ganz egal. Ich will sie nicht gerne. Auf die Taxe. Danke mal, dann holt auch mal Liverpool. Ja, nimm. Weil das Liverpool ist ein guter Kipp. Liverpool hat immer sieben Züge in der Schlacht in der Kipp gestiegen. Aber Liverpool hat gewonnen gegen Rom. Sieben, sechs. Gute an. Mir ist doch ganz egal. Als Tokio hat sie nie gewonnen. Es ist mir ganz egal. Ich darf sie nie mehr Wölle machen. Ich kann nicht mehr schreien. Leute, schreibt in die Kommentare, wenn Basketball ist scheiß oder nicht. Basketball ist schon ein bisschen dumm. Weil wenn eine Frau... Du willst sie? Was hast du gesagt? Basketball ist manchmal gefährlich. Weißt du warum? Wenn eine Frau da ist, sie bekommt so etwas. Denn wenn ihre Nägel kaputt sind. Das war geschieht auch bei meiner Schwester. Aber im Fußball kann auch geschehen, ein Band zu verbrachen. Was ist das? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hat einmal bei Manchester United gespielt. Tschüss. Mann, was ist das für eine Scheiße hier? Ja, aber im Fußball kann geschehen. Ich war einmal... Ich war im Gang Fußball zu spielen mit meinen Freunden. Ich rutsche und danach meine Freunde rennt mir die Hand. Dann ist es auch fußballgefährlich. Mbappé grüßt ein Loch bei Fußball. Ich weiß. Ich weiß. Cristiano Ronaldo... Cristiano Ronaldo grüßt auch ein Loch. Moin. Moin. Noch ein einziges Tor. Mach dein Lift an. Ich habe schon da doch immer gemacht. Wir haben das nicht. Doch. Mann, Gabra, ich kann dir nur alles schweißen. Okay? Du machst das 14. Warte mit. Ich danke dein Pappru... dein Pappruf weiß. Was? Nö. Nö. Wat war das? Nö. 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 Du weißt. Hallo, Plo. Du nervst! Nee, Gabra. Du nervst einfach. Denn ich bleibe ruhig. Aber das ist Video und wir sollen nicht ruhig bleiben. Und ich sehen uns. JAAA. Jetzt habe ich aber eins. Ih. Siehst du, zehn. Du hast besiegt. Du hast besiegt, Freunde. Armin hat besiegt. Für das, was sagen? Alles ist gut. Alles war perfekt. Oh, frag doch Leute, dass wir gestritten haben. Wir wollten nicht. Ja, wir wollten aber nicht. Wir haben auch uns nicht gestritten. Ich wollte nur Gabriel einen Witz machen. Aber schreibt in die Kommentare, wenn Basket ist scheiße oder nicht. Basket ist überhaupt nicht scheiße. Oder Fußball ist scheiße oder nicht. Schreibt in die Kommentare, das ist wichtig. Tschüss. Kein einziges Sport ist scheiße. Aber tschüss heute. Und wir machen unsere Begrüßung. Tschüss.